Jetzt mache ich ein kleines Video von der Johanna. Johanna, du hast deine schönen Haare mitgebracht heute und so siehst du aus. Blond, also arschig blond und alt rosa. Ich bin begeistert. Das sieht richtig schön aus und wie gefällt es dir? Ja, mir gefällt es super. Ganz tolle Arbeit. Ich bin schon richtig glücklich. Danke und bis nächstes Mal und viel Spass. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.